Was tut sich im deutschen Film? Das Ganze in Kooperation mit EPD Film, das ist Deutschlands führende Fachzeitschrift, die sitzen auch hier in Frankfurt und ich freue mich sehr. Heute ist Ulrich Sonnenschein hier, wird nachher dann das Gespräch führen, ist zugleich auch Filmredakteur beim Hessischen Rundfunk. Und ich will gar nicht viel der Vorrede noch machen, ich freue mich sehr, dass wir zwei tolle Gäste aus Berlin heute hierher bekommen haben nach Frankfurt. Großen Applaus bitte, Natalia Senelnikova und Julia Wagner, die Produzentin und Regisseurin des Films. Schön, dass ihr da seid. Wir könnten genauso gut tot sein als der Film, mit dem ihr heute bei uns seid und ihr habt schon eine ganz tolle Tour ja auch hinter euch. Los ging's in Berlin bei der Berlinale. Wie kam's da an, Natalia? Ich glaube gut, also es war ja diese besondere Berlinale, wo nur 50 Prozent Auslastung war und es keine Publikumsgespräche gab, das heißt… Aber es gab wieder Kino mit Publikum. Aber es gab Kino mit Publikum und wir waren angewiesen auf die Nachrichten, auf die Publikumsnachrichten, die man per SMS oder Social Media oder so bekommen hat und das war unglaublich schön, dadurch vielleicht auch sogar intensiver, dass man so persönliche Fanpost bekommen hat und das war. Also ich glaube, er ist gut angekommen. Julia, die Reise ging dann ja richtig krass weiter. Also Tribeca, sage ich mal, nur als weiteres Festival, das ist schon sehr ungewöhnlich für einen deutschen Film. Für dich als Produzentin, wie habt ihr diese Reise begleitet? Ja, man überlegt sich ja, wie so ein Film rauskommen kann in die Welt. Das ist Natascha's erster Langfilm. Ich habe co-produziert mit der Filmuni quasi. Das heißt, das ist wirklich auch so ein Projekt, was mit sehr wenig Budget auf die Beine gestellt wird und dann guckt man, wir haben alle diese furchtbaren Corona-Zeiten miterlebt und zu sagen, wann bringt man dann so eine spannende neue Regisseurin mit dem ersten Film raus in die Welt. Und wir hatten die Einladung zur Berlinale bekommen, was toll war. Die Presse war dann auch eben super gewesen und trotzdem weiß man nicht genau, ob das interessiert sich da irgendjemand für so einen ersten deutschen Langfilm. Dann war Tribeca fantastisch und das hat uns, also Tribeca ist das großes Filmfestival in New York, wo wir internationale Premiere feiern durften und seither geht es toll weiter. Und was gerade total aufregend ist, dass diese Genre-Festivals auch kommen und jetzt deshalb kurz sagen, was erwartet man nach Corona-Zeiten? Wir alle, also wir freuen uns riesig, dass wir wieder ins Kino gehen können und Filme zeigen können und darüber sprechen können, weil wir treten an, Kino zu machen, politisches Kino zu machen, auch künstlerisch anspruchsvolles Kino zu machen und sagen, das funktioniert am besten auf großer Leinwand. Und ich glaube, wir haben mit dem Film jetzt also wahnsinnig viel erreicht, jetzt schon. Ja, absolut. Kinostart ist ja jetzt gerade schon angelaufen und wir werden nachher uns auch auf das Gespräch natürlich sehr freuen mit euch beiden. Wie immer gibt es bei uns aber keine Werbung vorweg oder so, sondern einen Kurzfilm. Und in dem Fall haben wir uns gemeinsam für deinen allerersten Kurzfilm an der Film-Uni Babelsberg entschieden, oder? Nee, also vierter oder fünfter, aber es war, genau, es ist ein kurzer Kommentarfilm, das war im Rahmen, es gab so eine Ausschreibung vom RBB zum Thema, das, ich glaube, es hatte sogar diesen Heimatbegriff in der Ausschreibung, aber es ging um, ja, und wir waren relativ frei zu machen, was wir wollten und dann habe ich das gemacht. Das ist relativ persönlich. Bei Juschki, sieben Minuten. Bei Juschki, sieben Minuten. Genau, den schauen wir uns als erstes an und dann geht es direkt nahtlos weiter mit, wir könnten genauso gut tot sein. Wollt ihr ja zu dem Film noch was vorweg schicken? Nur viel Spaß. Super, dann schließe ich mich dem an und großen Applaus bitte. Toll, dass ihr da seid, Natalia und Julia, wir sehen uns nachher, Dankeschön. Natalia, dein Applaus. Und Ulrich Sonnenschein wird das Gespräch führen, bis er sitzt, kann ich schon mal sagen, die beiden werden erst ein bisschen unter sich reden und dann werden wir das auch für Sie, für das Liebespublikum öffnen, dann komme ich mit dem Mikro rum. Aber jetzt erst mal, ihr beiden. Ja, schönen guten Abend auch von mir. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich zu diesem wunderbaren Film erschienen und geblieben sind. Als du diesen Film geschrieben, erdacht hast, wo hat die Geschichte ihren Ausgangspunkt genommen? Du hattest wahrscheinlich diese Hochhaus-Idee. Hattest du diesen Protagonisten schon des Hochhaus? Wusstest du, welches du nehmen willst? Nee, nee, also ich hatte nur diesen Ort oder diese bestimmte Atmosphäre und ehrlich gesagt gibt es ja das Hochhaus, so wie ihr es jetzt gesehen habt, nicht. Also es existiert so nicht. Es ist zusammengebaut durch unser tolles Team aus verschiedenen Orten und wir haben erst mal angefangen zu schreiben in diesem Ort und dann kamen die ersten Figuren und dann sind wir denen nachgegangen und dann kamen immer mehr und mehr diese Geschichte, die ihr jetzt gesehen habt, zum Zug. Also das Haus selbst in seiner Silhouette gibt es so nicht. Das ist im Computer entstanden. Genau, also es ist das Modell, das Elisabeth Koserski gemeinsam mit Johannes Blech, unserem VFX Artist und Elisabeth Koserski, unsere Szenografen, eben zusammen gestaltet haben. Und das basiert auf, glaube ich, drei verschiedenen Häusern, aber so unkenntlich gemacht, damit man eben rechtlich alles richtig macht. Und genau, das wurde dann gebaut im Computer. Und das Umfeld, das kommt ja nicht so wahnsinnig viel Umfeld vor, aber das, was vorkommt, das ist dann die Brandenburger Heide, oder? Das ist tatsächlich spannend. Es ist der sogenannte Todesstreifen, also das, was wir sehen am Anfang und am Ende, mit dem der Film beginnt. Und das ist eben da, wo die im Norden Berlins, wo eben die Mauer stand und wo eben so eine Sandschneise im Wald ist, sich befindet. Und diesen Ort kenne ich sehr gut und das war von Anfang, oder nicht von Anfang an, aber ziemlich bald klar, dieser hat so eine dystopische Anmutung und deswegen wollen wir ihn da anfangen und enden lassen. Und sonst ist es Brandenburg und Berlin, bestimmte Teile, Außenaufnahmen. Hattest du irgendwann mal in einer Phase der Entwicklung auch ein Umfeld geschrieben, also diese diffuse Bedrohung, die quasi durch Handwerkzeuge abgewehrt wird, durch Äxte und Spitzhacken. Gab es da mal eine Version, wo klar war, was diese Bedrohung ausmacht oder war das von Anfang an so diffus gehalten? Von Anfang an. Weil es war klar, dass sobald man eine Antwort gibt, was da draußen ist, dass der Film nicht mehr funktioniert, weil man dann den Menschen einen Grund für die Angst gibt. Die Angst außerhalb dieses Hochhauses ist für den Zuschauer, für mich zumindest, sehr viel nachvollziehbarer, obwohl ich sie nicht deuten kann und nicht erklären kann, was da ist, als die Angst innerhalb. Wo ein Hund verschwindet oder auch nicht, man weiß nicht so genau und wo dann so etwas wie Panik aus Panik entsteht oder die Angst vor der Angst. Wo war da der Ausgangspunkt? Wie hast du da angefangen, dieses Angstgefühl zu entwickeln? Im Haus? Ja. Es hat schon mit Anna und Iris angefangen und eben Iris, der Figur, diese irrationalen Ängste und vor allem diese Gewaltfantasien ins Haus setzt. Und dann haben wir eben im Schreibprozess geguckt, was passiert eigentlich im Haus mit der Angst. Und das war eigentlich sehr intuitiv. Also sehr schnell kam eben der Hausmeister Gerti einfach so aus dem Nichts oder die Dreschers und es wurde sehr schnell klar, dass uns eigentlich diese Angst als Fokus interessiert im Schreiben. Und dann sind wir dem immer mehr nachgegangen und eben wie aus, ja, wie es aus Nichts sozusagen alles entsteht oder, ja. Ein Kollege hat sehr wissend und vielleicht auch ein bisschen überstrapaziert geschrieben, das ist natürlich ein Film über Corona. Es ist ein Film, der in der Pandemie gedreht wurde, der unter den Bedingungen, die die Pandemie eben vorgeschrieben hat, entstehen musste. Ist es auch ein Film über Corona? Nein. Nein, weil wir haben ihn vor Corona auch geschrieben und selbst wenn wir ihn nicht vor Corona geschrieben hätten, hätten wir niemals einen Film über Corona schreiben wollen. Weil das ist das, was wir eben genug erleben und das braucht, glaube ich, zu jetzigen Zeiten für mich keine, also ich möchte da ja keinen Film drüber machen, wenn andere das möchten, natürlich. Genau, deswegen ist es für mich kein Film über Corona, es ist vor Corona entstanden und es war sogar so, dass wir Szenen rausgestrichen haben, wo Masken vorkamen, weil wir, als wir es geschrieben haben, ging es eben auch darum, dass Serpil zum Beispiel zu Iris möchte und um Anna zu überzeugen, endlich diese Wohnung betreten zu können, ihm sagt, ich trage auch eine Maske und ich bin auch wirklich nicht ansteckend und ich werde mich auch selber nicht anstecken. Das haben wir alles rausgenommen, um eben sogar das zu vermeiden. Aber natürlich möchte ich niemanden, also alle, jeder hat seine eigene Freiheit, das alles zu denken, was er oder sie will. Das heißt, wenn es für manche ein Corona-Film ist, dann ist es ein Corona-Film. Für mich nicht, aber das ist ja auch völlig okay. Diese Situation von Iris, sie sitzt im Badezimmer und will da nicht mehr rauskommen und zwingt ihre Mutter zu dem, wie ich finde, schönsten Bild im ganzen Film, wo sie in vier, fünf, sechs verschiedenen Wannen ein Vollbad nimmt. Das gibt es in Japan und das heißt da Hikikomori, ich muss das immer ablesen, weil ich mir dieses Wort nicht merken kann, wo Jugendliche einfach ihr Zimmer nicht verlassen. Hattest du daran gedacht, als du diese Szene konzipiert hast? Ja, interessanterweise gab es auch eine Kurzfilmidee vor dem Langfilm, die jetzt nichts damit zu tun hat, aber wo es um eine junge Frau ging, die 30 war und die ihr Leben lang ihr Zimmer nicht verlassen hat, weil sie eben nicht bereit war für die Außenwelt. Also dieses Hikikomori-Motiv hat mich schon immer so interessiert, aber dann habe ich gemerkt, dass es für mich nicht spannend genug war, das sozusagen zu entdecken innerhalb des Films und es war viel spannender zu gucken, wie dieses Außen sich verhält zu einer Figur, die sich entschließt im Badezimmer einzusperren. Ja, finde ich gut, weil es gibt schon einen Film, nämlich Tausend Arten Regen zu beschreiben von Isabel Preil, der das sehr, sehr schön übersetzt, dieses Phänomen und da eine Reminiszenz reicht da einfach. Diese beiden, Anna und Iris, sind polnische Juden. Wie wichtig war der jüdische Aspekt? Eigentlich von Anfang an stand das gar nicht zur Debatte, ihn nicht zu haben, weil es so klar war, dass wir eine wahrhaftige Geschichte erzählen wollen und auf eine gewisse Art und Weise ich auf meine Background so fuße und deswegen war das von Anfang an klar, dass wir eben das reinbringen wollen, aber dass wir das auch nicht ausstellen wollen, sondern dass es eher eine Selbstverständlichkeit für uns war, dass die Figur jüdisch sein wird. Joanna Jakob hat den Film mitproduziert. Wie frei war sie in der Gestaltung ihrer Figur? Also genau in dem Moment, wo wir Joanna gefunden haben, war das wirklich, ja, war es wie ein Wunder oder wir wussten eigentlich sofort, das ist sie. Und Joanna ist so eine großartige Schauspielerin. Wir haben ihr das Drehbuch geschickt, sie hat es geliebt und wir haben es eigentlich zusammen dann in Proben so gefunden. Aber Joanna lässt sich wahnsinnig auf die Regie, also auf mich und auf alle ihre Kolleginnen ein und es war einfach nur eine, ja, wie auf Wolken laufen mit ihr zu arbeiten. Wie habt ihr euch gefunden? Das ist ja jetzt auch nicht so, dass ihr um die Ecke wohnt. Ne, sie wohnt in Temescuara, einem kleinen Ort in Rumänien. Es war wirklich, wir haben lange gecastet und dann gab es sozusagen ganz wenig Zeit nur noch und dann war ich sehr unzufrieden und dachte, ich muss eine Entscheidung treffen, die sich nicht richtig anfühlt. Und dann hat Julia Wagner gesagt, lasst euch noch eine Woche Zeit, gebt euch noch diese Zeit und dann hat mein Castingdirektor Karl Schirn von mir in allerletzter Minute noch zehn Namen geschickt. Und unter diesem Namen war Joanna und dann habe ich mir das Showreel angeschaut und dann habe ich mich auch erinnert, dass ich sie auf einem Bildschirm gesehen habe von Andreas Kleinert, meinem Mentor und Dozenten, der wiederum mit ihr lieber Thomas gedreht hat. Schon vor relativ langer Zeit ist er erst dann später erst rausgekommen, wegen Corona, der Film. Und da schon da, auf diesem kleinen Bildschirm, weiß ich noch, dass ich dachte, ah, es könnte vielleicht spannend sein, weil ohne sie wäre der Film nicht das, was er ist. Spricht sie das selbst? Ist das ihr Deutsch, was sie spricht? Ja, Johanna spricht perfekt Deutsch. Und wie kam es dann dazu, dass sie mitproduziert hat? Warte, warte. Julia, ich gebe dir das Mikro. Sekunde. Das kann ich nicht beantworten. Nein, das ist eine lustige Frage, aber einfach, wie ein bisschen diese Filmwelt funktioniert und sorry, wenn ich rein grätsche, aber ich würde sagen, Johanna ist wirklich die tollste Schauspielerin, der tollste Mensch. Wir sind so froh, dass wir mit ihr arbeiten durften. Und sie hat einen sehr guten Agenten und der hat verhandelt, dass sie den Producer-Credit kriegt. Und man sagt, die hat sich ja mit uns auf so ein Risiko eingelassen, diesen Film zu machen in diesen Zeiten. Sagen, im Zweifel kriegst du alles, nur Geld können wir dir nicht besonders viel geben. Aber das ist der einzige Hintergrund. Ansonsten hat sie einfach wirklich fantastisch gespielt. Anna ist die Sicherheitsbeauftragte. Sie trägt sozusagen die Sicherheit vor sich her, steht auch groß auf ihrer Jacke. Nicht Security, sondern Sicherheit. Sehr schön. Sie ist die personifizierte Sicherheit und alles, was sie macht, sorgt dafür, dass diese Sicherheit verschwindet. Das ist sozusagen das lebende Paradox. Ja, also, naja, sie versucht ja eigentlich, ich weiß nicht, ob sie dafür wirklich dann sorgt, ob die Sicherheit verschwindet, sondern eigentlich versucht, alles zusammenzuhalten und versucht sich eigentlich dem entgegenzustellen, was ja sehr unsicher ist im Grunde, und zwar dieser Radikalisierung. Und dann wird es nur noch schlimm, aber die Frage ist, wäre es ohne sie auch genauso schlimm oder wäre das dann einfach jemand anderes, der das evoziert? Man ist ja geneigt in ihr, das sympathische Opfer zu sehen, bis zu dem Moment, wo sie den armen Poeten sozusagen zu ihrem Opfer macht. Das ist dann sozusagen die Hinterhältigkeit. Also unterm Strich, kein Mensch ist perfekt. Ja, ich glaube, das war einer der, also im Drehbuchprozess eine sehr wichtige Entscheidung. Und ich weiß noch, wir hatten auch so Feedbackrunden, wo nicht alle, ich glaube, wir hatten auch mit einem Redakteur angesprochen, wo nicht alle happy waren mit dieser Entscheidung. Und wir wussten aber eigentlich total klar, dass das so sein muss, weil es darum geht, zu zeigen, wie weit jemand geht, um sich und sein Kind am Leben zu erhalten. Der Kernsatz des Films heißt, das Gefühl, sicher zu sein, ist genauso wichtig wie die Sicherheit selbst. Im Film ist es sogar noch mehr. Im Film ist das Gefühl, sicher zu sein, sogar wichtiger als die Sicherheit selbst. Kann man das herstellen, ein Gefühl, sicher zu sein? Ja, ich glaube schon. Also es ist ja, ich glaube, wir lullen uns gerne in Gefühlen der Sicherheit ein und dass bestimmte Dinge nichts mit uns zu tun haben, um sozusagen sich mit schrecklichen Dingen nicht beschäftigen zu müssen und dass man sicher ist und dann bricht die Realität umso mehr rein. Also ich glaube ja, das Gefühl der Sicherheit kann man herstellen, indem man verdrängt zum Beispiel, aber auch, indem man, weiß ich nicht, bestimmte Regeln aufstellt, wie im Film, die einem was suggerieren, was dann aber nach hinten losgeht. Also ja, ich glaube, das ist möglich. Das machen wir, glaube ich, auch alle. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass auch mit den vielen Hinweisschildern, die ich mir dann auch mal angeguckt habe, das ist der Vorteil, wenn man den Rechner selbst in der Hand hat, wo der Film läuft, dass da langsames Gehen und so weiter vorgeschrieben wird. Also im Prinzip ist es ganz klar, wenn man Sicherheit steigern will, muss man Freiheit einschränken. Also es war zumindest wichtig für uns in diesem Haus, sodass sozusagen das Haus will seine Bewohnerinnen und Bewohner kontrollieren, um eben mögliche, ja, schlimme Dinge zu verhindern und deswegen gibt es eben bestimmte Regeln. Langsam gehen, damit man nicht ausrutscht, damit es keine Unfalle gibt. Musik, weil es sozusagen die Sicherheit der Seele ist, die Harmonie des Geistes, Sport, die Sicherheit des Körpers sozusagen, gesund bleiben, nicht krank und so weiter. Also eigentlich jedes Schild und jede Entscheidung, die wir im Team gemeinsam eben getroffen haben, wie dieses Haus aussieht, münzt darauf, dass es möglichst angenehm ist. Farbe Rot ist selten zu sehen, weil Farbe Rot ja ein Angriffs-, eine aufregende Farbe ist und deswegen die gedeckten Farben. Es gibt nur einen Moment, glaube ich, wo die Farbe Rot klar auftritt. Wenn man sich diese Hausgemeinschaft anguckt und wie sie so lebt, dann hat man schon das Gefühl, das ist so ein bisschen was wie so ein elitäres Altenheim für All-Agers. Keiner geht einer Arbeit nach, alle sind irgendwie so gelangweilt, dass sie selbst beim Golf spielen die grimmigen Gesichter nicht ablegen. Also es ist quasi alles andere als angenehm, diese Lebenssituation. Ja, auf den zweiten Blick schon, aber die Frage ist so, wie was die Bewohner denken, ob der Schein wichtiger ist als der Sein und dann geht es dann eher um den, was wichtig ist, die Prioritäten. Ja, Schein und Sein, die einzige Figur, die mit Schein und Sein tatsächlich umgeht, ist dieser arme Fahrstuhlpoet, der ein Gedicht, hören wir ja am Anfang, wie ich finde, sehr schöne Gedichte schreibt. Und er wird irgendwann rausgeschmissen, das heißt, die Kultur wird irgendwann des Platzes verwiesen, um der Diktatur der Golfschläger auf Platz zu machen. Ja, wobei das war auch sehr intuitiv, sozusagen die Figur hatten wir, irgendwie kam auch so, Viktor, mein Korto hat ihn reingebracht und wir haben, es war klar, dass er Gedichte im Fahrstuhl verkauft, weil wir ja, wir wollten ja dieses Dorf erzählen, was in die Höhe wächst und auch sozusagen diese Analogie wie die S-Bahn, wo oft auch obdachlose Menschen Zeitungen verkaufen und versuchen sozusagen auch über bestimmte Formen der Kultur, Aufmerksamkeit und Geld auch sozusagen, ja, zu verdienen und die Analogie war für uns eben der Projekt im Fahrstuhl, weil der Fahrstuhl wie die S-Bahn des Hochhauses war und genau so haben wir das für uns übersetzt. Ja, und er ist ja auch so ein bisschen so ein anarchistisches Moment, weil er kann ja logischerweise nicht durch diese harte Prüfung gegangen sein. Er muss also irgendwie, wie die Ameisen im Keller, muss er irgendwie seinen Weg da reingefunden haben, um eben hoch- und runterfahrend Gedichte zu verkaufen. Ja, darüber haben wir viel gesprochen und es war klar, dass es eher so dieses, ne, er wird geduldet und das Haus schmückt sich ja auch mit ihm. Also wir sind ein gutes Haus, wir dulden sogar diese Sorte von Menschen, also ich spreche jetzt in Ursel-Slang sozusagen, und der darf dann im Keller wohnen und darf den Keller sozusagen putzen und Insekten freihalten und darf sogar im Fahrstuhl Gedichte verkaufen, aber darf nicht aussteigen. Der Hausmeister wird dann zum Meister der Verschwörung. Das ist absichtlich so umgeformt, dieses Berufsethos, der danach, ich kümmere mich nicht mehr um das Haus, sondern ich kümmere mich um die Leute. Ich glaube, das ist auch so ganz intuitiv entstanden, aber ja, wir wollten, ja, wir wollten, also wir haben uns überlegt, wem dieser Hund gehört und dann kam ganz schnell eben Gerti auf die Bühne und dann war spannend zu gucken, was mit Gerti wird, wenn ihm nicht zugehört wird und wie weit er geht. Interessant fand ich auch den Namen dieses Hauses, Phöbushaus, das habe ich auch nicht selbst gewusst, sondern nachgeschlagen. Das ist der zweite Name des Gotts Apollon, des Gotts des Lichts, des Frühlings, der sittlichen Reinheit und der Mäßigung, sowie der Weissagung und der Künste. Also im Prinzip in dem Moment, wo der Poet rausgeschmissen wird, verliert auch dieses Haus seine Vollständigkeit. Ja, also das ist eine spannende, das habe ich nie so gedacht, aber das stimmt. Wir hatten also, St. Phöbus war, sind wir so drauf gekommen, dass, also ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass einmal Behemoth fällt in einer Szene, wo Serpil sagt, aber Behemoth hat doch den Phöbus durch Gesang besiegt und dieses mythologische Motiv war früher mehr im Buch da und ist dann immer mehr sozusagen verschwunden, aber es war immer klar, der Behemoth ist der Gott des Chaoses und St. Phöbus ist der Gott des Lichts, der Aufklärung, der Sicherheit und der erbändigt das Chaos. Und das, wovor das Haus Angst hat, ist ja Chaos, deswegen die ganzen Regeln. Deswegen St. Phöbus sozusagen hält das Haus vor dem Chaos, vor der Außenwelt, ja in Sicherheit. Und wenn man jetzt versucht, zumindest in kleinen Teilen Chaos mit Freiheit gleichzusetzen, dann wird dieses Haus immer totalitärer, bis hin zu einem Standgericht, was abgehalten wird und immer wieder gibt es diese Totalitarismen in der Darstellung. Das heißt, auch da im Bestreben nach Sicherheit endet man irgendwann im totalitären Gefüge. Ja, vielleicht. Die Darstellung selber im Film ist ungeheuer reduziert, auch die Farben zum Beispiel sind, habe ich das Gefühl, absichtsvoll reduziert, das ist eigentlich alles grau, du hast gerade schon gesagt, rot kommt nicht vor. Wie war der Zusammenhang zwischen einem relativ beschränkten Budget, einem Hochschulbudget und den ästhetischen Entscheidungen? Na ja, zuerst waren wir ganz frei, also da haben wir uns auch gezwungen, ganz frei zu sein. Also unser Art-Department, Jan Mainz, Kameramann, Elisabeth Koserski, Sinografin, Marien Rahmert, Kostümbildnerin und Franziska Mainz, Maskenbildnerin. Wir haben ganz viele Filme geschaut, wir haben Stills, also Bilder von anderen Filmen, die uns wichtig waren, gesucht und versucht wirklich dem nachzuspüren, wie soll sich dieses Haus anfühlen, wie soll es sich anschmecken, wie soll es sich anfühlen und wie fühlt sich das für Anna Weltschinska an und alle ästhetischen Entscheidungen, die wir dann getroffen haben, haben wir so getroffen, um zu zeigen, wie Anna sich in diesem Haus fühlt. Und dann kam natürlich sozusagen, also wir wussten von Anfang an, dass wir wenig Budget hatten und haben dann versucht, mit den Mitteln, die wir haben, eigentlich das Beste daraus zu machen. Und der Grund, warum es so meiner Meinung nach gut funktioniert ist, weil die Gewerke sehr ineinander gegriffen haben und geguckt haben, wie können wir das zusammen eben ausgleichen, dieses Gefühl der Verschobenheit, der Beklemmung, wie können wir das schaffen, was macht die Kamera, was macht das Szenenbild und auch sozusagen, auch die Produktion hat zum Beispiel die Locationsuche auch mit übernommen und sozusagen der Auswahl der Orte hat auch das Bild geprägt, so wie das Hochhaus man ja auch sieht, also die Innenräume. Das heißt, es hat alles ineinander gegriffen mit dem Ziel, eben die richtige Ästhetik und den richtigen Geschmack zu finden und dass auf gar keinen Fall die Form über dem Inhalt steht oder der Inhalt über der Form, sondern dass alles ineinander greift und zu einem Herzen wird. Und das ist meiner Meinung nach, das liebe ich in anderen Filmen und das war das höchste Ziel, das soll eins werden, das ist ein Organismus. Dazu gehört natürlich auch die Musik, ich habe es vorhin schon gesagt, der Film beginnt und endet mit derselben Musik, die ich unglaublich beklemmend finde und die auch so einen sakralen Touch hat. Wie habt ihr die Musik, also viele habt ihr selbst komponiert oder hat Viktor Galandi auch selber gemacht? Also die Musik komponiert hat, also diesen Chor hat Maximinot, aber es basiert, also dieser Chor, Anfangs- und Endchor, basiert auf der Komposition des ukrainischen Komponisten Michael Leontiwitsch, glaube ich. Und das ist schon relativ alt, diese Komposition. Und daraus ist Carol of the Bells entstanden, das ihr vielleicht kennt, dieser berühmte Weihnachtslied. Und das kommt in bestimmten Filmen vor, von Filmmachern, die ich sehr inspirierend finde, aber dessen Namen ich nicht nochmal sagen werde. Und meine Editorinnen haben das sozusagen während parallel geschnitten wurde, während wir gedreht haben, das direkt runtergelegt, die Carol of the Bells, und haben gemerkt, das funktioniert total gut und dann ist es geblieben. Also es war ganz viel, war auch Intuition. Und dann hat Maxi das mit einem A Cappella-Chor, Maximinot, die Musikerin, aufgenommen. Und das Stück, was von der, ich hätte jetzt fast gesagt Heimband, von der Hochhaus-Band gespielt wird, relativ am Anfang, was ist das? Das haben wir, das hat Anna Kühlein komponiert und auch geschrieben. Und das war eigentlich von Anfang an im Drehbuch da. Also wir wollten unbedingt diese Band haben. Also ich bin auch ein unglaublicher Twin Peaks-Fan und Lynch-Fan. Und da gibt es in der ersten Staffel so eine Szene, wo es einen unglaublich cheesy Song gibt. Und irgendwie, es war von Anfang an da und dann wollten wir eben ähnlich so einen cheesy Song entwickeln. Und dann hat Anna Kühlein das geschrieben und dann haben unsere tollen Schauspieler und Schauspielerinnen das eben gespielt und gesungen. Ihr habt das Drehbuch zu zweit geschrieben, Viktor Galandi und du. Wie schreibt man zu zweit oder wie schreibt ihr zu zweit? Sitzt ihr tatsächlich am selben Tisch und besprecht die Dinge und einer schreibt es dann auf? Oder reicht ihr die fertigen Skripte hin und her? Wie habt ihr das gemacht? Also es hat angefangen, ich hatte zuerst angefangen alleine zu schreiben. Dann habe ich gemerkt, ich komme nicht weiter und habe auch Viktor gebeten sozusagen, mir zu helfen. Und dann haben wir angefangen eben ganz viel über das Buch zu sprechen und zu diskutieren. Und sind immer mehr eigentlich dahin gekommen, das auch zu diskutieren, wie sich das richtig anfühlt. Und dann einfach die Szene sich aufzuteilen und dann jeweils die Szene des anderen zu überarbeiten. Und das war einfach ein Prozess von, ich glaube, eineinhalb Jahren, wo wir einfach sehr symbiotisch gearbeitet haben. Und für mich ist es für mich nur die einzige Möglichkeit zu schreiben. Ich hasse Schreiben, ich finde es eine unglaubliche, quälende, masochistische Arbeit. Und wenn man mit jemand anderem darüber sprechen kann und das gemeinsam, sozusagen zwei Köpfe, eben das entdecken kann, das ist für mich persönlich der einzige Weg. Also ich kann mir nicht vorstellen, alleine zu schreiben. Das ist vielleicht auch im Dialog einfacher zu entwickeln, weil ein Buch entsteht ja nicht und wird dann verfilmt, sondern man hat, wie viele Fassungen hattet ihr? Elf vielleicht oder zwölf. Das ist ja der Abschlussfilm deiner universitären Ausbildung, Konrad Wolf, Babelsberg. So ein Film, ich weiß nicht, wie viele Abschlussfilme den Weg ins Kino finden, direkten Produzenten finden, Verleih finden und so. Wie klar war dir das, dass das passiert, als du angefangen hast? Und was hast du unternommen, um das auf diesen Weg zu bringen? Also es war gar nicht klar. Es war, also um sich für Master Filmregie zu bewerben, hat man sich schon mit einem Stoff irgendwie beworben. Und dann, weil es eben diese Möglichkeit gibt, diese Leuchtstoffförderung von Medienbord und LBB. Und dann habe ich mehrmals eingereicht, wurde mehrmals auch abgelehnt. Und dann gab es so einen letzten Moment, wo sie gesagt haben, geh doch nochmal ins Treatment. Und dann habe ich innerhalb von zehn Tagen Treatment geschrieben, eingereicht und dann überraschenderweise die Förderung bekommen und fand das Treatment aber sehr schlecht. Und dann war klar, wir haben das Geld. Und dann, also ab dem Moment, wo wir das Geld hatten, also dieses sehr kleine Budget, war auch klar, jetzt müssen wir es auch richtig machen. Und dann haben wir eben angefangen, erstmal uns eben in die Welt hinauszutrauen und Produzentinnen und Produzenten anzusprechen. Und Gott sei Dank, und das war unser großes Glück, dass Julia das Treatment mochte, obwohl wir es, also irgendwie, und wir uns da trotzdem im Kern gefunden hatten und von da aus sozusagen diesen Weg gemeinsam gegangen sind. Und dann, aber selbst da haben wir, glaube ich, nicht gedacht, ah, es wird jetzt super erfolgreich, sondern wir haben eigentlich alle so das Beste gegeben und den Film gemacht, den wir gut finden und den wir wichtig finden. Und dass er dann überhaupt dann zu Corona-Zeiten gedreht wurde und nicht abgebrochen wurde, weil niemand krank geworden ist, das war auch großes Glück, dass er dann eben auf dem A-Festival eingeladen wurde, dass er dann jetzt weltweit ausgewertet wird. Das war nichts, was uns so von Anfang an so klar war, sondern das war etwas, was wir, glaube ich, immer noch unglaublich mit der großen Dankbarkeit und Ansehen. Und dass es nicht selbstverständlich ist und das hat nur mit der Arbeit der Menschen zu tun, die hinter diesem Film stehen. Und es hätte aber auch ganz viel Glückssache, dass die richtigen Menschen zur richtigen Zeit diesen Film sehen. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, das ist wichtig. Um einen lustbaren Film zu machen, der gesehen wird auch. Ja, natürlich. Dafür sind wir angetreten, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, aber so richtig Einfluss hat man ja manchmal nicht darauf, ob das dann auch klappt. Hoffst du jetzt nach diesem immensen Erfolg auf ein größeres Budget oder auf ein besseres Buch oder auf ein Angebot von Los Angeles, Hollywood? Also ich glaube, mit diesem kleinen Budget kann man keinen Film machen, wenn es nicht im halbstudentischen Rahmen ist. Das heißt, ich hoffe und erwarte auf jeden Fall ein größeres Budget. Ja, aber ob das mit Los Angeles ist, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ein größeres Budget, sodass man alle Leute gut daran arbeiten können und man irgendwie auch was machen kann. Du kommst ja ursprünglich vom Theater und bist dann zum Film gewechselt. Was vermisst du beim Film, wenn du an Theater denkst und was vermisst du beim Theater, wenn du an Film denkst? Beim Film vermisse ich Probenzeit. Und die meisten Schauspielerinnen freuen sich über Proben, aber es gibt einfach durchterminliche Schwierigkeiten, es ist schwierig, dann alle in einen Raum zu kriegen. Im Theater vermisse ich diese Manipulation, diesen Moment, dass der Film in dieser Grenze zwischen unserer Sehgewohnheit sich abspielt und gleichzeitig einen abstrakten Rahmen hat. Eine Freundin hat mal gesagt, dass der Film ja von allen Kunstformen am nächsten an unsere Seherfahrung nahe kommt. Also wir gucken etwas und es scheint so zu sein, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen, nur eingeschränkter. Und das ist ein unglaublich machtvolles Tool. Man kann ja sozusagen so viel besser manipulieren als im Theater, wo das von Anfang an eine abstraktere Form ist. Dadurch erlaubt das Theater aber umso mehr. Und beim Film muss man von Anfang an, wenn man verschobene Welten erzählen will, das sehr gut und klug setzen, damit man das Publikum nicht verliert. Also es hat beides Vor- und Nachteile. Ich glaube, dass meine Lieblingsszene, die ich gerade schon erwähnt habe, in den vielen Badetrogen und Faschüsseln auf dem Theater so nicht möglich gewesen wäre, weil einfach zu wenig passiert, zu lange. Also einmal den Kopf von rechts nach links drehen, reicht auf dem Theater nicht. Dann allerdings kommt fast ein Slapstick-Gag. Das nämlich dann, wo es am wenigsten passt, klingelt es an der Tür. Wie wichtig war Humor? Sehr wichtig. Also ich glaube, für uns war über die Mittel des Humors, des schwarzen Humors, konnten wir nur von Leid und von den Problemen erzählen, die die Figuren hatten. Also das war für uns der einzige, ja, die Kommunikation, die Sprache, das von, für die Geschichte, die wir erzählen wollten. Weil ich glaube, dass an dieser Grenze zwischen Komik und Tragik eben Filme oder Geschichten für mich persönlich so eine unglaubliche Wucht entfalten, weil man denkt, man ist unterhalten und dann doch nicht. Und in dieses Zurückgeworfenwerden auf sich selbst kann unglaublich verstörend sein. Und ich glaube, diesen verstörenden Aspekt schätze ich sehr im Kino, weil er einfach mich nicht mehr loslässt und unglaublich aufregend ist. Deswegen wollten wir das versuchen, so zu machen. Gab es irgendwann mal die Überlegung, das Ganze noch aufzulösen und eine Art Happy Ending zu schreiben, zu drehen? Nein, also es gab, wir haben viel über das Ende diskutiert und gesucht nach dem richtigen Ende. Aber es war klar, wir brauchen ein Ende, wo wir den Figuren gerecht werden. Und es wäre sehr, sehr falsch, das im Happy End enden zu lassen, weil es hätte sich angefühlt wie eine Lüge und die Figuren hätten uns selber gehasst so dafür. Und es war, wir mussten etwas finden, wo wir uns und den Figuren und der Geschichte treu sind. Und das war kein Happy End. An dieser Stelle würde ich sagen, gebe ich Ihnen die Chance, Ihre Fragen loszuwerden. Dann komme ich mit dem Mikro zu Ihnen. Das ist schon die erste. Vielen Dank. Ja, zunächst mal muss ich auch sagen, ich bin froh, dass ihr für diesen Film die Form, diesen Stoff die Form des Films gewählt habt. Denn in der Tat, es zieht einen wirklich rein. So ein bisschen analog zu dieser Kamera, die dann diese verschiedenen Stockwerke dann zeigt. Kann ich mir jetzt im Theater erstmal nicht so richtig vorstellen. Aber um Gottes Willen, ich will keinem Theater liebhaber auf die Füße treten. Sehr, sehr gut. Es zieht einen sehr rein. Und was einem einfach auffällt, dass ihr es relativ schnell schafft, den Zuschauer in euer Universum reinzubringen. Es ist ja wirklich ein Universum. Es gibt verschiedene Typen. Es gibt verschiedene Netzwerke, verschiedene Ecken des Hauses. Ist sehr, sehr faszinierend, finde ich. Und ich habe mich gefragt, und es gibt auch verschiedene Szenengruppen, die hätte man sich leicht auch nochmal in einer Seitenhandlung in einem weiteren Film vorstellen können. Hat das alles wirklich schon, nach der 11. Fassung natürlich, dann als Drehbuch irgendwann vorgelegen? Oder habt ihr während der Arbeit an diesem Stoff, möglicherweise schon während ihr schon ein paar Tage beim Drehen wart, dann noch weitere Ideen dazubekommen? Oder hat vielleicht auch ein Schauspieler gesagt, Mensch, das könnte ich ganz anders machen? Das würde mich einfach interessieren, weil es ist ein Füllhorn an Atmosphären, an Ideen, an Personen. Ich kann mir fast gar nicht vorstellen, dass ihr das so zu 95 Prozent schon dann hattet und da mit dem Drehen angefangen habt. Vielen Dank erstmal auch für die Anmerkung. Und das ist eine gute Frage. Also unser Ziel war eigentlich immer mehr zu verdichten. Um die Figuren kennenzulernen im Schreibprozess, schreibt man natürlich mehr Szenen und muss dann natürlich aussortieren. Und man muss sozusagen, man sagt ja immer, ein Langfilm ist wie eine Kurzgeschichte und eine Serie ist wie ein Roman. Und das stimmt ja auch einfach. Man kann einen Roman nicht in einen Langfilm zwängen. Dann wirkt es überfrachtet. Und natürlich haben wir sozusagen bestimmte Szenen auch ausgedünnt und immer versucht, diesen Fokus im Auge zu behalten. Und es gab was spannend, was behandelt wohl nicht ganz die Frage, aber was im Schreibprozess entstanden ist, im Gespräch mit meinem Team kamen neue Szenen dazu, wie zum Beispiel mit Elisabeth Koserski, der Szenografen, die vorgeschlagen hat, wir müssen das Haus irgendwie mit unserem wenigen Geld reich aussehen lassen. Was ist, wenn sie Golf spielen? Und dann kam Golf als Thema. Und dann kamen Szenen mit Golf als Thema. Und der Golf kriegte seinen eigenen Charakterentwicklungsbogen, der Golfschläger sozusagen vom Sport zur Waffe. Und das ist ganz viel passiert, sozusagen in den Gesprächen mit dem Team. Und mit den Schauspielern haben wir innerhalb der Szenen eigentlich gearbeitet und verdichtet. Aber ich glaube, es kam jetzt nicht während des Drehs ganz neue Szenen hinzu. Dafür hatten wir auch einfach nicht die Zeit. Also wir hatten Grenze-Drehtage und haben eben versucht, das, was wir geschrieben hatten, so gut es geht eben zu drehen. Wie viel Zeit? 24 Drehtage hatten wir. Kannst du vielleicht einen Vergleich machen, wie Tatort oder so? Also, aber die haben ja auch, wir hatten glaube ich ein Zehntel, nee, des Tatort-Budgets, habe ich irgendwo gehört. Ja, die haben ja dann natürlich mehr Geld und wenn man weniger Geld hat, dann hat man weniger Team. Und wir hatten auch studentisches Team, das heißt, wir sind langsamer. Und genau, das heißt, das ist dann ... Durchschnittlicher Tatort hat 36 Drehtage. 21 ist die aktuelle Zeit. Gibt es weitere Fragen? Nee, nee, weil es wird aufgezeichnet, sonst hört man sie nicht. Ach, jetzt nur Jörg Schüttdorf. Ja. War es ein Problem, ihn ranzukarren oder hat er sich schnell überreden lassen? Ich habe ihm einen Brief geschrieben. Aber es war, also wir waren von Anfang an klar, wir müssen die Schauspielerinnen finden, die mit dem Drehbuch was anfangen können, die es lieben, weil das Geld hat, es war jetzt nicht der Überzeugungskraft, war das Geld oder eben der Charakter eines Debütfilms. Und wir haben Jörg ihm überreden können, glaube ich, durch das Drehbuch. Dann gab es auch noch sozusagen diesen positiven Aspekt der Corona-Zeit, dass wenig gedreht wurde parallel. Ich glaube, das hat auch eine Rolle gespielt, dass dann Zeit war, weil Schauspielerinnen ja dann auch schnell ausgebucht sind. Und Jörg mochte einfach das Buch und fand es witzig und hatte dann relativ schnell zugesagt. Vielleicht erzähl mal noch, während Corona gedreht, ich meine, ihr habt schon auch Szenen, wo dann viele Menschen zusammen sind. Wie lief das ab? Genau, also wir haben November 2020 gedreht. Da war in Berlin der zweite Lockdown. Das heißt, die Supermärkte waren offen, aber sonst alles nicht. Es gab auch keine Tests, wo man jeden Tag sich testen konnte. Das heißt, es wurde einmal die Woche getestet, immer die Maske getragen, während Hygienebeauftragten am Set und es gab eine Personenbegrenzung, wie viele Personen sich ohne Maske vor der Kamera aufhalten können. Und dann haben wir versucht, so gut es geht zu tricksen und so gut es geht, dieses Haus voll aussehen zu lassen. Aber es war eine große Herausforderung. Wie macht man das? Kamerawinkel, Auflösung und überlegt Ton später auch, zu sagen, was hören wir, was wir nicht sehen. Aber ich sehe das, dass mir das fehlt, klar. Hier ist die nächste Frage. Kleinen Moment. Ja, ich habe eine Frage über Iris. Zum Ende hat sie Russisch gesprochen. Eigentlich in dem Film, wir wissen, dass sie Deutsch sprechen kann. Deutsche ist meine dritte Sprache. Manchmal, wenn ich unsicher führe, würde ich Englisch sprechen oder so. Was war die Bedeutung hier, warum? Also polnisch ist, also es ist nicht russisch, es ist polnisch und es ist immer sozusagen die Sprache der Schimpfwörter oder der sozusagen der Intimität, wenn sie immer sagt, so Mama Prosche oder eben diese Szene, wo sie diese Schimpfwörter aufzählt und es war, und gleichzeitig ist es ja auch eine Sprache, die den Hausgemeinschaft die Angst macht, weil das ja fremd ist und das heißt, sie geht raus, um ihre Mutter ja auch zu retten und wendet die Sprache an, also das sozusagen vermeintlich Fremde, so wie die Hausgemeinschaft diese Sprache empfindet, als eine Art Waffe, als eine Art sozusagen Schutzschild und macht ihnen damit ja auch Angst, weil sie nicht ganz verstehen, was sie sagt. Noch Fragen? Ansonsten, diese Reihe hat eine Frage im Titel, die ich immer stelle, logischerweise, die heißt Was tut sich im deutschen Film? Und ich finde es ganz spannend, also jetzt zum Beispiel, auch erschreckend, dieser Film hat, so großartig er ist, kein einziges Kino hier in Frankfurt gefunden, das ihn spielt jetzt zum Kinostall. Also in dem Zusammenhang sei auch an Sie, wenn es Ihnen gefallen hat, die Bitte, dass Sie an den Kinobetreiber, die Kinobetreiberin ihres Vertrauens gehen und vielleicht nachhaken, ob er nicht doch noch aufgenommen wird. Die Frage, international funktioniert der Film großartig, in Deutschland ein bisschen weniger, sage ich mal so salopp. Woran liegt das aus deiner Sicht? Das ist eine gute Frage und da muss man natürlich, also ich habe ja keine richtige Außenperspektive, ich kann das nur von innen beschreiben. Ich habe das Gefühl, das ist ein unbequemer Film und er hat auch einen unversöhnlichen Aspekt und er bietet keine Lösungen und gleichzeitig ist er politisch und ich glaube, dass er sich deswegen schwer in eine Schublade schieben lässt und deswegen, dann hat er noch diesen Genre-Aspekt und bekanntlich leider ist es so, dass Genre-Filme in Deutschland und vor allem Arthouse-Genre-Filme sehr wenig Beachtung finden und ich glaube, diese Kombination daraus führt dazu, dass man nicht weiß, was man mit ihm anfangen soll. Aber noch könnt ihr es retten, wenn ihr ganz viel jetzt ins Kino geht. Da würde ich gerne einhaken, nochmal kurz bei dem Punkt, weil mir das beim Anschauen jetzt auch kam, relativ früh, Stichwort deutsches Kino und Genre-Kino. Ja, so hört man immer wieder, deutsches Kino und Genre tut sich schwer, aber ich finde, dass in den letzten Jahren, gerade auch im jungen deutschen Film, sehr viel oder relativ viel Filme mit so einem satirischen Tonfall vorgelegt wurden, präsentiert wurden und in die Kinos kamen. Julian Radlmayr hat zwei Langfilme gemacht, deiner auch. Ich bin ein Mensch, hat auch satirische Anleihen, Tonfall. Das finde ich auf eine Art ungewöhnlich, aber auch sehr interessant und glaubt nicht oder bin ich sicher, ob es sich da einfach nur um Zufall handelt. Ich weiß nicht, ihr wisst da vielleicht mehr, weil ihr auch irgendwie die Backstories besser kennt und die Branche besser kennt. Könnt ihr dazu was sagen? Ob es an der Satire liegt, dass er nicht gesehen wird oder warum es diese Häufung gibt an Satiren im Deutschen? Eher Letzteres. Ich würde übrigens gar nicht mal sagen, ob es an einem satirischen Tonfall liegt, dass er nicht gesehen wird, aber mich würde vor allem interessieren, ob ihr eine Erklärung dafür habt, dass sich das im jungen Film so ein bisschen häuft gerade. Also ich, ja, also wir haben diesen Tonfall gewählt, weil wir auch sehr wütend waren und weil sozusagen die Filme, die du beschreibst vorhin, waren nicht unbedingt Filme, die für mich eine Wut in sich tragen. Deswegen stelle ich mich nicht mit diesen Filmen in eine Reihe, weil ich das Gefühl habe, es ist doch zu unterschiedlich. Deswegen kann ich, glaube ich, nicht so richtig darauf antworten. Wir haben, für uns war es die richtige Sprache, etwas zu erzählen, was uns sehr wichtig und sehr schmerzhaft vorkommt und auch mit diesem Genre-Element zu spielen und dieses trojanische Pferd zu bauen, also Genre-Regeln und mit der Angst, mit dem Thriller zu spielen als ein Genre, das per se eben Angst erschafft, das per se eine Verschwörungstheorie ist für den Zuschauer oder die Zuschauerin und damit zu arbeiten, es aber dann zu brechen und dem eben so Arthouse-Elemente zu geben. Deswegen sehe ich das selber nicht so als Satire, sondern eher als eine Mischung aus Genres und ich habe das Gefühl, wir haben oder wir hatten das Ziel, etwas Eigenes zu schaffen. Warum ist mehr Satiren? Ich glaube, an sich Komödien und Satire kommt gut, weil man gerne ja auch lacht und man gerne ja auch sozusagen sich selbst auch vergisst und gute Satiren ja auch eine Erleichterung darstellen und gleichzeitig schaffen, bestimmte Aspekte anzusprechen, die nicht gut sind. Und ich glaube, ja, und wenn man müde ist vom Drama, also, aber ich weiß nicht oder ich kann es glaube ich nicht so erklären, warum jetzt sozusagen sich das häuft oder ob das eine, ob man eher mehr von Satiren hört, weil die ungewöhnlicher sind oder dich wird mehr darüber berichtet. Ich weiß nicht, wie du das siehst, also ich kann glaube ich nicht mehr dazu sagen. Also ich finde es ganz schwierig zu beantworten. Ich glaube nicht, dass es, also Genre Kino, klar hat es schwer, aber da ist die Satire, glaube ich, wenn man das überhaupt als eigenes Genre nehmen will, ist eher ein Subgenre, hat es dann noch am leichtesten. Also wenn du guckst tatsächlich, wie viele deutsche Filme satirische Aspekte haben und da ist so eine knallharte Genreentscheidung, da sind viel, viel weniger. Ja, da ist noch eine Frage. Keine Frage, keine Frage. Ja, ich habe ein bisschen gehadert, aber ich wollte gerne noch anmerken, dass ich es interessant fand, dass eben halt da auch so eine Feingliedrigkeit in der Kritik über den institutionellen Charakter da war. Also ich habe, also so habe ich es wahrgenommen, an mancher Stelle eben an Überwachen und Strafen gedacht von Foucault oder auch Goffman mit Asyle und das fand ich sehr feingliedrig dargestellt, persönlich, eben so. Kleinigkeiten, der Schlüsselbund, der immer rasselt oder sowas, das fand ich sehr interessant gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist ein sehr besonderer Abend, da freuen wir uns sehr drauf, aber der heutige war auch einer. Bitte einen großen Applaus nochmal. Natalia Sinelnikova, Julia Wagner, wir könnten genauso gut tot sein. Vielen herzlichen Dank. und Ulrich Sonnenschein für das Gespräch natürlich. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.